So Freunde, da sind schon drei Kollegen angekommen hier irgendwie und ich habe jetzt eine Axt und ja, keine Ahnung, es gibt verschiedene Wege hier. Ich gehe jetzt mal hier hin. Was ist da unten? Aha, da unten sind wir hergekommen oder wie? Alter, da ist ein Dings da. Ah, da ist ein Dings da. Ah, ne. Ach, da hätten wir schon. Ja, das hätte ein Feuer sagen können. Ah, ne. Jetzt gehe ich wieder zurück. Da hätten wir schnell drücken müssen. Na komm, so schnell kann ich noch drücken. Was gibt es hier Feines? Gegner werden durch laute Geräusche. Und was war da? Gut. Also ich muss irgendwo irgendwie weiter. Was war da hinten? Jetzt kommt da einer rein. Kommen da unendlich viele Gegner. Alter, den hat es aber zerlegt hier. Den hat es aber zerlegt. Was ist denn das? Achso. Ähm. Ja gut, ich gehe jetzt. Gehen wir mal da hinten hin. Ah, jetzt kommt schon wieder einer. Na gut, jetzt komm. Jetzt gehe ich da rein. Komm her. Du sollst den umhauen. Bevor er mich umhaut. Wie will kommen da? Hat der nix zum... Gut, jetzt gehe ich mal da durch. Komm her. Ist mir der Scheiß. Alter. Alter. Ah, da ist eine Bombe. Aber die müsste ich entschärfen. Achso, was soll ich mit der Flasche? Wo ist denn da eine dämliche Bombe? Ah, komm. Das ist ein Mist. Ich will auch leicht. Was ist da hinten? Oi, hallo. Da ist irgendein... Jetzt warte. Geht die Axt immer kaputt oder wie? In die Säuer kann ich ja reingehen. Geht die Axt immer kaputt? Hier ist ein Schalter irgendwie oder irgendwas. Ah, da kommt... Ne, das ist mein Kollege. Ähm. Hier ist ein dämlicher Schalter. Was macht der? Was macht denn der? Der schaltet die Maschine ein. Bleibt die eingeschaltet? Aha. Jetzt muss ich noch zwei Schalter schalten. Das bleibt... Ah, das Ding läuft. Äh. Jetzt gehe ich mal da oben hin. Nur so zum Spaß. Was? Oh ne. Hilfe. Ah. Da dürfen wir jetzt nicht drauf gehen. Da ist... Da kommt... Da ist... Wir müssen Sie alle ausschalten, bevor wir rein können. Wir müssen Sie alle ausschalten, bevor wir rein können. Jetzt warte. Äh. ich muss wahrscheinlich noch zwei andere Schalter irgendwie schalten oder so. Jetzt warte, jetzt bin ich wieder da mal. Oh, der ist vergeletzt. Warte, da waren wir schon. Muss ich jetzt ein Dings nehmen? Wie geht denn das? Äh. Ähm. Wie nehme ich denn ein Medipack schnell wieder? Wie kann ich denn schnell wieder ein Medipack nehmen? Jetzt warte. Wie ging das? Ich hab kein gewissen, wie krieg ich denn mein Medipack her? Oh ne, wo, 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 wo ist da? Mist, kacke. Jetzt warte. Ah, jetzt, komm her. Rechter Stick reindrück. Ähm. Benutzen. So, links der hat, oh, da muss ich gleich noch. Rechter Stick reindrück. Stückchen. Noch, geil, noch ein, komm her. Jetzt sind wir wieder einigermaßen verheilt. Jetzt muss ich, jetzt, das ist der Medipack. Jetzt warte. Jetzt gehen wir mal da irgendwo hin. Von wo, von irgendwo da rum schießen die oder so. Jetzt warte. Äh, ich muss da irg, warte, da, ah, da ist, da ist ein, da ist ein anderschalter. Oh, du sollst den rumhauen. Oh, du sollst den rumhauen. Oh, du sollst den rumhauen. Oh, das ist eine Bombe. Jetzt haben wir es aber. Jetzt habe ich es aber. So, jetzt warte. Oh, da hinten schießen die mit den Dingern da. Jetzt warte. Da hinten schießen die. Da hinten schießen die. Äh, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Da ist ne Leiter. Jetzt warte, da. Was gibt's da für eines? Nee. Du sollst es nehmen. Ähm. Warte, Entschuldige. Ähm. Warte, 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 warte. Da hinten sind wir hergekommen. Und wenn ich da weitergehe, schießen die. Da drin waren wir schon. Da waren wir schon. Jetzt müssen wir die zwei Salter machen, oder? Warte, und was ist da oben wieder ein feindliches? Was ist hier oben? Da schießen die wieder. Warte, wo schießen die. Ah! Da sieht einer. Da ist der Nächste. Warte, ich bin gerade leicht beschäftigt. Und was war da unten mit den zwei Schaltern? Dann. Warte, was war denn mit den zwei Schaltern? Haben wir hier alles? Alter. Tolle Musik hier. Was ist denn mit den zwei Saltern? Da schießen, wenn ich die schalte, schießen die, oder wie? Da kommen die Schweinepriester raus. Wo macht denn der wieder? Alter. Du sollst das Ding umhauen. Der macht, der ackert hier rum. Das ist sagenhaft. Der ackert, Entschuldige. Der ackert hier. Und was war jetzt mit dem anderen Schalter? Ah, da ist was. Was habe ich jetzt? Eine Fackel. Sag mal. Entschuldige, bin gerade am arbeiten. Wenn ich jetzt da weitergehe, dann schießen die. Und was ist mit dem Schalter oder Tür oder was immer? Jetzt komme ich da nicht raus. Was ist mit dem? Da waren wir drin. Ohne Sinn. Da ist nichts drin. Da waren wir noch nicht drin. Jetzt kann man das nicht mehr schalten. Alter Schwede. Da schießen die. Jetzt warte. War da wo? War da nicht noch eine Leiter? Irgendwo? Wenn ich da... Was ist da? Ah, da schießen die. Was gibt es hier Feindliches? Bin ich wieder unten, oder? Was sollen wir es machen? Die Dreckswackel. Jetzt sind wir wieder am Schadpunkt. Der Schalter ist... Der Spiegel ist immer noch nicht her. Wie muss ich denn? Was muss ich denn jetzt? Jetzt warte. Oder ist jetzt die Handeltür aufgegangen? Und ich muss irgendwie dahinter. Da schießt aber irgendwer. Und... Da waren wir schon überall. Und wie komme ich da durch? Oder irgendwas? Wo geht es denn da? Wie geht man da rum? Rauf? Kriege ich das jetzt nicht mehr geöffnet? Hier. Und wenn ich jetzt da weitergehe, dann schießen die auf mich. Und ich muss wahrscheinlich das Scharfschützengewehr benutzen. Jetzt warte. Jetzt waren wir mal auf Verpausung. Trinken Kaffee und lösen in der Lesung. Egal welchen Schnapppunkt ihr nehmt, umgehebe Maschinengewehre. Achtet darauf. Und wo denn genau, wie hat es gerade ein Snipergewehr spendiert. Feuer frei. Besser ist es jedoch, Joseph einen Großteil der Arbeit zu belassen, da er ordentlich rein hat und ihr da euch da umgehebe. Anschließend geht das Leiter runter. Äh, habt ihr... Also ich muss jetzt mit dem Snipergewehr... Kaffee Pause. Mit dem Sniper... Snipergewehr. Das ist der da. Und wird... Was ist denn das da? Da oben liegt was. Äh. Was liegt denn da oben? Da oben war was. Ich muss jetzt... Ich muss die Kollegen... Äh, jetzt stehen wir der am Weg. Jetzt warte. Irgendwo muss ich einen... Ah, da ist ein Snipergewehr. Ah, warte. Welcher Stick ist Luft anhalten? Nee. Luft anhalten ist... Äh... Gibt's nicht. Ich will die Starr... Tue. Der Schlüssel liegt jetzt irgendwo da unten. So. Und jetzt muss ich noch... Und jetzt habe ich keine... Wo sind die Idioten, die da schießen? Und ich kann ja nicht zoomen und nix... Ich kann ja nix... Wo sind denn die? Wo schießen die denn? Nicht gotts gleich. Also da... Da sind die Stacheln. Und wo sch... Wo schießen die? Kann mir das schnell einer sagen? Sobald alle im G-Schützen tot sind. Ähm... Schaltet alle vier mit dem... Äh... Seht ihr den Turm der Kirche an? Hier hängen mehrere Kabinen, die aussehen... Nur dass sie... Also die sind in den Kisten da. Die sind in den Kisten. Äh? Die sind in den Kisten. Mit vier Kisten. Und wie soll ich da? Wo sind die? Wo sollen die sein? Ich mag nicht mehr. Haben die einen Fug... Wie sollen die da? Hängen mehrere Kabinen, die aussehen wie vom Feinsterputzern. Mit dem G-Schaltet alle vier mit dem Scharfschützengewehr aus. Äh... Ich seh da nix. Wollte ich da einfach nur hinschießen, oder ne? Oder... Kann man da von der anderen Seite reinschauen? Ne? Da kann man irgendwie gar nicht reinschauen. Wenn ich jetzt da hinschieße, passiert nix. Ich mag nicht mehr. Äh... Gut, das probieren wir jetzt noch. Jetzt warte. Ich muss... erst mal irgendwie weiter, oder? Komm, ich geh jetzt da runter. Ich geh jetzt da runter. Und... Ach, da waren wir schon. Äh... Irgendwie muss ich irgendwo runter. Warte. Äh... Ich muss da rüber. Da rumrum. Warte. Kann ich nicht da hinten rum? Rüber? Kann ich nicht da hinten irgendwie? Ja, warte. Warte. Jetzt warte. Huff, jetzt kommt wieder einer. Deswegen kann ich nicht mehr warten. Irgendwie... Da komm ich auch nicht weiter. Jetzt warte mal. Ne, da geht's auch nicht weiter. Wie komm ich denn hier weiter? Wie komm ich denn hier überhaupt weiter? Da haben wir angefangen. Und wie komm ich hier... Und da hinten? Wie komm ich denn da auf die Treppe da? Hm. Wie komm ich denn da rüber? Also ich muss irgendwie... Ich muss irgendwie... Ich muss irgendwie... Warte mal. Von unten kommen... Warte. Ich lese gerade die Lösung. Äh... Großer... Die Reinhaut... Und... Geht es die Leiter runter? Also ich muss die Leiter runter, oder wie? Ich muss die Leiter runter. Hm. Siehst du, die schießen... Aha. Siehst du, die schießen da hinten? Und ich muss aber die Leiter... Komm, jetzt gehen wir die... Jetzt sprinten wir zur Leiter... Und gehen die Leiter runter. Anders wird es wohl nicht gehen. Und jetzt machen wir Pause. Pause. Komm, du sollst Pause machen. Alter Schwede. Also ich schalte jetzt aus und wieder ein, gell. Tschüss, bis gleich.